Herzlich Willkommen! Willkommen auf dem Liebeskanal zwischen Florian Silbereisen, Beatrice Idli. Denken Sie daran, unten Kommentare zu hinterlassen, um Ihnen gute Gesundheit zu wünschen. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, die neuesten Nachrichten auf dem nächsten und zu bleiben. Florian Silbereisen und das Mädchen, das an Weihnachten entlassen wurde, ist nicht Beatrice Idli. Letzte Nacht regten sich die Internetnutzer, um die neuesten Bilder der größten Preisverleihung des Jahres in der Unterhaltungswelt zu teilen. Auch viele prominente Gesichter und berühmte Künstler nahmen an diesem Festival teil. Unter diesen unzähligen heißen, sexy und auffälligen Prominenten konzentrierten sich die Social-Media-Leute jedoch auf das Bild einer schönen Schönheit, die mit Florian Silbereisen über den roten Teppich spaziert. Neben dem gut gekleideten Schauspieler, der einen eleganten Anzug und Stil trägt, ist eine helle und schöne rote Rose zu sehen. Eine Schönheit mit weißer Haut so glatt wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und wellig im Haar. Sie trägt ein weinrotes Kleid, das ihren Körper mit einem Fischschwanzdetail an der Unterseite umschmeichelt. Die Farbe des Outfits lässt das Mädchen sehr attraktiv aussehen, außerdem hilft das Outfit dem Mädchen auch, ihre schönen Linien gründlich zur Geltung zu bringen. Lange Beine, schmale Taille Eine Schönheit, eine Freundin von Florian Silbereisen, zog von dem Moment an, als sie eintrat, alle Blicke auf sich und ließ unzählige Kameraobjektive sich unbewusst auf sie zu wenden. Was derzeit alle extrem interessiert und neugierig macht, ist die Frage, wer die Identität des Mädchens mit dem Schauspieler Florian Silbereisen ist. Auf jeden Fall ist es nicht Beatrice Egli, die von der Online-Community als die neue Freundin von Florian Silbereisen gilt, nachdem dieser sich kurz darauf von seiner Ex-Freundin Helene Fischer getrennt hatte. Kann es sein, dass die Beziehung des Gold-Gold-Jubilen-Paares, das alle immer noch Beatrice Egli-Florian Silbereisen unterstützen und verehren, Risse hatte, oder schlimmer noch, dass sich beide in der Musik aufgelöst haben? Könnte die Frau, die derzeit mit Florian Silbereisen zusammen ist, die neue Liebe des Sängers sein? Haben sie sich anlässlich dieser Preisverleihung offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt? Viele Vermutungen von Fans auf der ganzen Welt wurden laut. Dies macht das Thema, die Identität dieses Mädchens herauszufinden, heißer und interessanter denn je. Nach einer Nacht der Jagd sowie dank der Informationen, die Florian Silbereisen am Ende der Zeremonie an die Medien übermittelte, wussten Publikum und Fans endlich, wer das Mädchen war. Der Sänger sagte, sie sei eine Bekannte, eine entfernte Verwandte von ihm. In naher Zukunft wird sie auch in die Unterhaltungsbranche einsteigen, mit dem Versprechen, den Fans viele Überraschungen zu bereiten. guitaristisch Vielen Dank.